Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Direwolf 20. Ja, heute, ähm, ich hab schon so ein paar Sachen vorbereitet, ähm, wieder sehr, sehr viel gecraftet. Ich war jetzt dabei, Deep Storage Units zu bauen und, ähm, ich habe jetzt sieben Stück vorbereitet. Das heißt, theoretisch kann ich es mir jetzt, äh, was hab ich vergessen? Ach stimmt, ich muss noch die Energies, die muss ich noch umwandeln. Ähm, ich habe sieben Stück, wie gesagt, vorbereitet, die ich jetzt im Prinzip, ähm, da unten noch einbauen möchte. Nun muss ich nur gucken, was ich da jetzt im Prinzip drin haben möchte. Ähm, ich denke mal, Kohle wäre ganz gut, Redstone wäre ganz gut. Und ich habe gemerkt, die Query, ähm, Eisentechnisch sammelt die sau, sau viel. Ich war jetzt ein bisschen hier am Craften. Wenn man mal guckt, die anderen Ores, so 122 Gold, 121 Zinn, Kupfer, ähm, Aluminium, Eulerium, Silber und Ferris, beziehungsweise Lad, ähm, sehr, sehr wenig. Aber hier guckt mal, wie schnell hier Iron hochgeht. Das ist ja echt der Wahnsinn, wie viel Iron da im Boden drin steckt. Das ist schon echt, echt übel. Ich weiß auch gar nicht, wie ich den ganzen, wie ich den ganzen Eisen so schnell verarbeiten will. Ähm, ich denke mal, dann wäre vielleicht auch ein Eisen, ähm, Eisen-Ingots gar nicht mal so schlecht. An sich vielleicht die ganzen, äh, Ingots mal. Das wäre definitiv keine so schlechte Idee. Und Silber. Wie flammeln wir denn jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ah, äh, da müssen wir einen, müssen wir jetzt noch momentan erstmal aussortieren. Beziehungsweise ich nehme mal, äh, Aluminium raus. Und Silber erstmal raus, weil ich muss Marble unbedingt auch noch reintun. Äh, ich weiß nicht, ob das hier auch noch gesammelt wird. Aber ich glaube wohl. Ich glaube wohl, ich glaube wohl. So, und dann, ähm, ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen hatte zu bauen. Und ich hätte noch eine ganze Menge ME-Storage-Busse bauen müssen. Mh, okay. Dann müsste wahrscheinlich doch mit dem anderen erstmal anfangen, weil die Storage-Busse muss ich jetzt erstmal, äh, erstmal wieder craften. Ah, ich hatte doch was vergessen. Ich hatte was vergessen. Naja, gut, okay, kein Problem. Kriegen wir definitiv hin. Mal gucken, was ich dafür vorbereiten muss. Dann kann das ja schon mal durch unsere ganzen CPUs laufen. Ähm, und zwar schauen wir mal. Äh, äh, Storage-Busse. Was braucht man dafür? Wir brauchen Interface. Das glaube ich genau. Und, ähm, Sticky-Piston, beziehungsweise normalen Pisten. Wir brauchen sieben Stück. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und dann nochmal sieben, so, die wir dann zu Sticky-Pistons umwandeln müssen. Ähm, Ähm, und zwar Slime brauchen wir dafür. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sehr schön. Und dann brauchen wir nur noch Interfaces, die wir aber nicht, die haben wir noch nicht als craftbares Ding hergestellt, ne? Das müssen wir unbedingt machen, weil Interface brauchen wir immer mal wieder. Ähm, Ähm, ah ja, okay. Ähm, dafür fehlen uns was. Ach so, ja, hier, das, äh, gute alte Powder. Hauen wir es dann. Ähm, ach, hier oben war das. Okay. Das haben wir gesagt, wir brauchen sieben. Ähm, dann brauche ich das Ganze vier, acht Stück. Machen wir mal, machen wir gleich 20. Was soll's. Äh, brauchen wir so oder so. Und dann können wir noch theoretisch 20 von denen durchlaufen lassen. Und ich lasse auch mal 20 von denen nochmal durchlaufen. Das dürfte passen. Wie gesagt, wir haben ja jetzt drei CPUs. Da passt jetzt alles Mögliche rein. Ähm, ansonsten brauchen wir noch, äh, eine ganze Menge Logic-Prozessoren. Dafür könnte ich theoretisch, ne, das kann ich nicht ausmachen. Ähm, aber ich könnte theoretisch das hier canceln. Na, ich warte erst mal ganz kurz. Also warten wir erst mal ab. Ähm, die zweite Sache, die ich machen möchte. Das ist, äh, im Prinzip die Upgrade-Variante für unsere Query. Hatte ich beim letzten Mal ja schon erwähnt. Und zwar extra Utilities. Wenn wir mal hier runter scrollen, gibt es hier besondere Upgrades. Ähm, die sind die Ender-Query-Upgrades. Da gibt's verschiedene. Einmal gibt es das World Hold Upgrade. Also das hier ist das Grund-Ding, was man für die anderen Dinger braucht. Ähm, und dann gibt's, fangen die hier sozusagen die Upgrades an. Das World Hold ist im Prinzip, ähm, oder World Hold ist im Prinzip so wie, ähm, die normale, äh, Query wie, ähm, ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, aus Buildcraft, ähm, funktioniert. Und zwar, dass sie einfach die Blöcke auch abbaut, die sie wirklich abbaut. Momentan ersetzt sie ja durch Erde. Das heißt also, ähm, wenn da Stone ist, wird's durch Erde ersetzt und so weiter und so fort. Und, ähm, hier würde er wirklich den Block auch abbauen und dann sozusagen abgeben. Das heißt also, man hat auch wieder diese großen, großen Löcher in seiner, in seinem Gebiet, wenn man das haben möchte wieder. Und dann haben wir, äh, Silk Touch. Das heißt also, man kriegt die Blöcke auch so, wie sie abgebaut sind. Das heißt also, als, äh, bei Diamond kriegt man nicht die Diamonds, sondern den Diamond Block. Das wäre eigentlich vielleicht gar nicht mal so ein verkehrtes Upgrade. Ähm, das muss ich nochmal überlegen, weil theoretisch könnte ich das Ganze ja selber mit dem Hammer noch zerhauen. Und dann hätte ich ja den schönen, schönen, ähm, Lackbonus, weil, wenn ihr mal hier guckt, die Fortune Upgrades, ähm, bis zu 80 Mal mehr Strom. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ähm, die, ähm, Speed Upgrades finde ich noch ganz, in Ordnung, ähm, da sie einfach nur einen Multiplayer von 2 haben, auf dem letzten, ähm, vom letzten Upgrade. Was haben wir hier noch? Ach ja, das Ender Query Pump Upgrade. Ich glaube, das war, dass sie automatisch auf Wasser und so, ähm, vernichtet hat. Ich glaube, da kann man da theoretisch sogar, glaube ich, einen Tank mit anschließen und er füllt das sozusagen auf, wenn er auf Lava oder so stößt. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie das funktioniert hatte. Ähm, das ist ein bisschen her, seitdem ich das letzte Mal ein bisschen mit rumgespielt hatte mit den Upgrades. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen heute mal das Speed Upgrade. Ich habe nämlich noch welche von diesen hier. Ähm, ich glaube, ich muss nur einen von denen hier noch bauen. Und das ist Burnt Quartz. Das ist also eigentlich auch nicht so schwierig. Ähm, dafür brauche ich einen Quarzblock. Ach, guck, ich habe sogar noch Block auf Quarz. Ach, wo habe ich die denn weg? Ach, die konnte ich ja nicht wieder zurückverwandeln. Richtig, ich hatte so viele gemacht für mein Schwert und die konnte ich ja nicht mehr zurückverwandeln. Ah, da kamen die weg. Okay. Einmal da rein, haben wir einen Block auf Quarz. Äh, und dann brauchte ich, habe ich noch welche von denen hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Natürlich genau zu wenig, aber es macht ja nichts. Das macht ja rein gar nichts. So, dann haben wir einen von denen hier. Ähm, und darauf wollen wir dann das Upgrade, ähm, Speed, 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 Speed bringen. Ähm, das Speed Upgrade brauchte noch eine, oh, eine Diamond Pickaxe mit, äh, Efficiency. Hm, wie kriege ich denn jetzt schnell eine Diamond Pickaxe mit Efficiency 1? Ähm, ah, ich habe eine gute Idee. Und zwar werden wir dafür Ender I.O. nutzen. Da gibt es nämlich einen coolen, ähm, einen coolen, coole Maschine, und zwar den Enchanter. Ich müsste ja, glaube ich, habe ich sogar noch alles für. Oh, da haben wir gerade genügend, ähm, äh, Dark Steel noch. Ähm, den kann ich einfach mal daneben stellen. So, und, ähm, das gute Ding hier, ich weiß gar nicht, kann man sich das anzeigen lassen, was man dafür braucht. Ich glaube, es war Redstone, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ich glaube, hier steht es auch drin. Genau, Use XP to combine items and a block, äh, and a quill to create, äh, and quill to create an enchanted book. Also das heißt, wir brauchen ein book and quill, das ist also einfach nur ein Buch mit einer Feder und ein Inkshack, glaube ich. Ähm, genau, das hier. Und, ähm, eine Sache, ich glaube, es war Redstone, das macht doch am meisten Sinn, zum Beispiel Redstone ist ja auch hier bei Tinkers Construct Speed. So, das und das. Und ich glaube, jetzt brauche ich nur einiges an Erfahrung. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so funktioniert hatte. Äh, ich weiß nicht, waren es zehn Erfahrung? Oder musste man die Erfahrung hier reinbringen? Ähm, ich bin nicht ganz sicher. Mal gucken, vielleicht funktioniert das ja. Push. Pull and push. Probier das mal. Oder war es andersrum? So rum? Ne, hier kommt also das Buch rein. Was war denn für, für Efficiency denn nochmal? Hm, das ist jetzt so ein bisschen gerade die Frage. Ich meinte, dass es Redstone war. Larpis dürfte doch wahrscheinlich dann Luck sein, oder? Ah, hier, da zeigt er was an. Genau, die Luck of the Sea. Achso, das ist für die, für die Fishing Rod. Also war Redstone, das ist nicht vielleicht ein Block auf Redstone. Äh, einen Block auf Redstone. Das könnte natürlich durchaus auch sein. Ähm, probieren wir das mal. Ne, das können wir da nicht reinlegen. Aber guck mal, Redstone können wir reinlegen, können wir aber nicht rausnehmen. Vielleicht brauchen wir einfach nur mehr Redstone. Ich muss es einfach mal ausprobieren, ich weiß es nämlich selber nicht. So, 10. Wie sieht es damit aus? Ha, Redstone macht er nicht. Aber guck mal, die Sachen können wir auch gar nicht reinlegen. Redstone können wir reinlegen, können wir aber nicht rausnehmen. Das ist ja, das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Und wahrscheinlich ist es genau das, ähm, was Efficiency bringt. Ähm, das wäre natürlich echt ein bisschen peinlich. Was könnte man ansonsten noch nehmen für Efficiency? Ähm, schwierig zu sagen, wenn man es nicht weiß. Was ist denn mit einem Diamond? Mit einem Diamond? Kann man die da reinlegen? Kann man auch nicht reinlegen. Das ist ja natürlich extra blöd. Hätte das Buch jetzt ganz gerne gehabt. Ich hätte das Buch doch ganz gerne gehabt. Ähm, ja, jetzt können wir natürlich noch die normale Variante wählen. Ähm, oder wir könnten theoretisch einen Enchanter und einen Dis-Enchanter nutzen. Oder wir könnten Butania, aber bei Butania brauchen wir ja auch das Buch, da können wir es nur verdoppeln mehr oder minder. Das bringt mir also eigentlich auch eher weniger gerade. Da muss ich nochmal echt nachschauen, wie das mit dem Enchanter ging. Also, äh, ich meinte, dass es Redstone auch war. Ich bin mir eigentlich nicht ganz sicher, aber warum es nicht funktioniert, das ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht ein Stack auf Redstone? Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Oder ist es wirklich irgendwas anderes gewesen? Ist es irgendetwas? Ach, guck hier! Ach, guck einer an! Wir brauchen bloß mehr. Ich brauche bloß mehr. Ich brauche bloß mehr. Ah, guck, 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 guck. Ah, aha, oh, oh, es war doch einfach nur mehr. Es war einfach nur mehr. Okay, also, wir brauchen fünf Erfahrungspunkte. wollen ja nicht mehr verschwenden, als das, was es kostet. Ach, guck, zwölf Redstone. Ah, also es funktioniert doch. Es war doch Redstone. Okay, ähm, jetzt lass mich noch mal ganz kurz eben schauen. Äh, und zwar, äh, ich wollte daraus bauen, nicht den, nicht den, sondern den hier. Genau, dafür brauchte ich eine Diamond Pickaxe. Eine Diamanten Pickaxe. Äh, zack, und ein paar Sticks wären noch ganz gut. Stickies. Und dann haben wir eine Diamond Pickaxe. Okay, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, was kostet mich das hier, das zu verbinden. Zwei. Also doch relativ günstig, das eben schnell herzustellen. Äh, eins, zwei. So, und Efficiency und Diamond und so haben wir die richtige Pickaxe, die wir zum Crofton benötigen. Sehr schön. Ähm, nochmal hier im Schnellkurz geguckt. Äh, das war, äh, das war das da. Das Upgrade. Tada! Ich hatte nämlich noch genau drei Speed Upgrades vom letzten Mal, als ich die Dinger hergestellt hatte. Dementsprechend, ähm, die erste Sache ist sozusagen fertig und die kann ich theoretisch auch mal rüberbringen. Äh, ich sollte mir nur ein paar bisschen Cobblestone einstecken. Das hatte ich ja beim letzten Mal vergessen. Ach, und der, der schlaue, schlaue User hat es vielleicht bemerkt, ähm, als ich die Deep Storage Units bauen musste, ähm, braucht die eine ganze Menge Kisten. Äh, nicht dafür, sondern, äh, für die hier. Und, ähm, ja, um sieben Stück herzustellen, braucht man 28 Kisten. Also wir brauchen 28 Chests und ich hatte nicht wirklich viel Holz mehr und ich habe mir eine Lumberjack Axt gebaut. Eine sehr, sehr coole. Wenn ihr wissen wollt, wie ich sie gebaut habe, da steht es jetzt. Ähm, ich habe ein Cobalt Hat genutzt, eine Manilium Large Plate, dann Paper, äh, Tough Binding und ein Sorumium Tool Rod. Ähm, ganz einfach die beiden unteren, also das Paper und das Sorumium, einfach um jeweils einen Modifier zu bekommen. Und, ähm, ja, Manilium und, äh, die, äh, die Kobalt Axt hat, einfach für, für Speed. Und ich musste die Manilium Platte einfach dafür nehmen, dass ich, ähm, die, ähm, die Durability auf 4.000, also über 4.000 bekommen habe, denn sonst konnte ich nicht die, ähm, 4 Millionen RF, äh, Flux Capacitor einsetzen, denn das ist ganz einfach, ähm, für jede Million RF, beziehungsweise braucht ihr einfach 1.000 Durability. Das heißt, wenn wir 4 Millionen RF Flux Capacitor drauf haben, muss die, ähm, die Waffe oder das Tool mindestens 4.000 Durability haben. Und deswegen musste ich die, musste ich hier eine, äh, Manilium Large Plate nehmen. Ich hätte ganz gerne eine Kobalt genommen, da wäre sie noch ein bisschen schneller gewesen. Aber ich meine, mit ein bisschen Redstone ist die jetzt auf 15. Und, ähm, ja, das reicht vollkommen aus. Also die haut alles sauschnell weg. Und, äh, sollte ich natürlich nur aufpassen, dass ich das nicht im Baumhaus mache. Ansonsten ist das Baumhaus auch einmal ganz kurz eben schnell weggebaut. Das wäre vielleicht ein bisschen unklug. Das sollte man vielleicht ein bisschen vermeiden. Aber ansonsten, äh, eine sehr, sehr coole Lumberjack-Axt. Und wenn ich das nächste Mal irgendwo einen Riesenbaum wieder finde, dann werde ich den da einfach mal mit abhacken. Und dann habe ich, äh, definitiv eine ganze, 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 ganze Menge Holz. Jedenfalls erstmal auf Vorrat. So. Ähm, dann machen wir das doch einfach mal hier ganz kurz so an dieser Stelle. Das müsste eigentlich auch so funktionieren, ohne dass sich das irgendwie beeinflusst hier. Ähm, so. Hier müsste ich das mal ganz kurz eben kaputt machen, dass da keiner hochhüpfen kann noch. Sehr schön. Und dann hier theoretisch auch so. Theoretisch weiß ich gar nicht, wenn man das so baut. Ähm, einfach nur mal so als, als Beispiel. Und unten eine frei lässt. Anni, dann können Spinnen ja trotzdem drunter durchwandern. Ich dachte, dann kommen ja keine Spinnen hoch, weil sie ja die, die untere Platte nicht haben. Aber logischerweise könnten sie ja drunter durchkrabbeln. Weil sie sind ja auch nur einen hoch. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. Ähm, das kann auch ruhig hier. Aber was könnten wir theoretisch anstelle dessen bauen? Theoretisch könnte man es so machen. Ähm, so. Und das dann einfach, äh, so rumzubauen. Theoretisch macht man das eigentlich mit, mit Platten. Aber wie gesagt, einfach damit man ein bisschen sicherer drin ist und keine Angst haben muss, äh, dass man da irgendwie, ich mach das trotzdem mal hier die Ecken trotzdem mal zu noch, dass da nichts reinkommt einfach. Einfach Safety. Safety, Safety, Safety. So. Jetzt haben wir keine Angst mehr, dass hier irgendwie was reinkommt. Ich setze hier noch ein paar Dinger hier hin und dann setze ich noch eine hier hin, damit hier auch nichts. Äh, die dürfte safe sein, genau. Und, äh, was wir jetzt eigentlich nur noch machen müssen, ist hier unsere schönen Speed Upgrade nehmen und die einfach mal da ran setzen und da sieht man hier auch dazwischen, dass sie sich dazu verbindet mit der Query und ich denke mal, ich hoffe mal jedenfalls, dass sie jetzt auch ein bisschen schneller arbeitet. Sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schnell aus. Ähm, wir können mal ganz kurz gucken, wie, oh, okay, sie ist auch schon ziemlich weit gekommen. Die Reihe hat sie schon durch und ist jetzt gerade hier irgendwie, irgendwie am Gang. Keine Ahnung, ob sie jetzt hier runter läuft oder jetzt erst da weiter arbeitet. Auf jeden Fall hat sie schon eine ganze Menge geschafft, muss ich sagen. Das ist schon nicht schlecht, das Stück, was sie hier geschafft hat. Ähm, aber ihr habt gesehen, das sind einfach über, also dieses kleine Stück, das waren schon über 1000 Iron. Äh, ich will nicht wissen, wenn sie die ganze Fläche jetzt fertig hat, wie viel Eisen wir dann haben. Also das musste schon echt sausau viel sein. Ähm, was mich hier echt interessieren würde, der arbeitet, oh, auuuch, 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 ich bin ein bisschen zu dunkel. Ich muss wieder runter, ich muss wieder runter. Ah, wieder in die Helligkeit. Wieder in die Helligkeit. Seht ihr, das ist das Problem im Deep Dark. Egal, wie gut eure Rüstung ist, ähm, wenn ihr euch zu lange im Dunkeln aufhaltet, dann, ähm, ja, dann kriegt ihr trotzdem Schaden. So, deswegen habe ich hier auch ein bisschen ausgeläutet am Rand, dass ich so hier auch lang fliegen kann, ohne großartig Angst zu haben, zu müssen, dass hier was kaputt geht. Aber das ist im Prinzip jetzt unsere Query, die jetzt wirklich hoffentlich ziemlich, ziemlich schnell arbeitet. Können wir ganz kurz, äh, wieder in die normale Welt fliegen und mal gucken, wie es da aussieht. Und, ähm, ja, die nächste Sache, die ich jetzt noch angehen muss, ist dementsprechend, äh, dass das Ganze natürlich noch wieder umgewandelt wird. Das wäre vielleicht noch eine ganz gute, gute Sache. Denn, äh, momentan fliegt das Ganze hier ja erstmal, beziehungsweise fliegt ja hier nur erstmal Cobblestone rein. Wow. 235.000 Cobblestone. Soll mal einer sagen, wir haben zu wenig Cobblestone, oder? Eine ganze, ganze Menge. Ähm, Ähm, okay. Das heißt, theoretisch kann ich hier jetzt schon anfangen, die Dinger hier mal hinzusetzen. Die sieben Stück. Sehr schön. Und dann fehlen mir jetzt im Prinzip nur noch meine Storage Basses. Und dann kann man das alles theoretisch konfigurieren. Ähm, was gucke ich hier da? Bin ich auch total falsch. Applied Energistics, muss ich hin. Und dann Storage Wasser. Das heißt, jetzt brauche ich erstmal Interfaces. Das heißt, sie brauchen 2468 von denen. Eigentlich plus sieben, aber ist ja auch egal. Aber sieben können wir nicht machen, weil es ja immer nur zwei sind. Und, äh, wir haben zu wenig, haben zu wenig. Ähm, stimmt, das war das, was wir noch, was ich noch bauen wollte, ne? Äh, und zwar Logic Prozessoren. Mach jetzt mal ganz kurz einen hier im Auftrag, damit es ein bisschen schneller geht. Nur damit es schneller geht. Nur damit es schneller geht. Ich habe übrigens hier auch Speed Upgrades überall rein getan, damit es wirklich ein bisschen schneller läuft. Ja, einfach, ihr seht mal, wie schnell das jetzt ging, so ein Ding mal hier herzustellen. Genauso, wie ich sie in die Assemblers eingebaut habe. So teuer sind die gar nicht. Und, äh, es lohnt sich einfach. Das, äh, Crofton ist dementsprechend doch, ähm, äh, wesentlich, äh, wesentlich schneller. So, es sind auch acht von denen und dann könnte ich mal, äh, noch welche herstellen. Machen wir 20 oder so, das sollte erstmal wieder reichen. Braucht man immer auf Vorrat? Braucht man immer auf Vorrat? Also, unbedingt herstellen. Äh, ich glaube Glas habe ich noch eine ganze Menge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hahaha. Ich glaube, ich habe noch eine ganze Menge Glas. Scheint aber nicht so zu sein. Alles mögliche an einem anderen Glas habe ich aber nicht das. komm, 100. Stell mal 100 Glas einfach her. Äh, komm, komm, Glas. So, sechs, sieben. Das reicht. Und daraus müssen wir jetzt noch ganz kurz die Storage-Basse machen. Also manchmal hat das echt das Problem mit Achievements. Verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht, dass die immer wieder gelöscht werden. teilweise, uh, ich wollte schon mit der Axt jetzt hier reinhauen. Ja, da muss man jetzt echt vorsichtig sein. Da muss man echt vorsichtig sein. Ich glaube, das passiert noch irgendwann mal. Irgendwann passiert das bestimmt mal. Dass ich da einfach mal so reinhaue, so richtig beherzt reinhau und dann, ups, da war ja was. Da war ja was. Also hier würde ich sagen, tue ich mal Marble rein. Ähm, ja, machen wir mal. Und da machen wir dann mal Coal rein. Und dann fangen wir jetzt hier im Prinzip an mit den, mit den guten alten, äh, ich wollte mal die normale Axt kommen. Die müssen wir ganz kurz eben austauschen. So, das ist jetzt auch die richtige Axt. Nur ein bisschen problematisch, dass die jetzt auch blau ist, ne? Das muss ich mir unbedingt gleich eine andere Farbe mal mit Rubies oder so machen, damit ich das, äh, nicht vertauschen kann. So, was haben wir jetzt gesagt? Hier kommt Marble rein, hier kommt Kohle rein, hier kommt dann, hier fangen wir dann an mit den, mit den einzelnen Barrentypen. Wobei ich die wahrscheinlich später nochmal verschieben werde oder so. Oder? Will ich die nicht eine Etage höher haben, die Barren? Ich glaube, ich lasse die untere Reihe erstmal hier frei und versetze die später nochmal. Ich glaube, das mache ich nochmal offscreen, ähm, dass die eine richtige Reihe haben. Ich werde noch ein paar mehr Croft müssen. Ich habe zum Glück noch ein bisschen Shiny Ingles und, ähm, das sollte eigentlich alles passen. Die Sache ist nur, also ich möchte einfach die Barren alle in einer Reihe haben. Das ist so ein bisschen, äh, ein bisschen verrückt, aber ist egal. Ähm, und zwar, lasse ich mal, lasse ich mal im Schulschauen. Oh, hier guckt, allein in der kurzen Zeit, wir waren vorhin bei 900, na, jetzt sind wir aber schon wieder 300 Iron mehr gekriegt. Wahnsinn, aber nur 80 Gold, also das ist der, das ist der Unterschied. Das ist schon echt krank, das ist schon echt krank, wie schnell es einfach geht. Es geht einfach viel zu schnell, so, ähm, und zwar, ach, da haben wir sie, Quarz, Fiber und, ähm, ne, wie hieß denn das andere? Äh, da sind sie, genau, ME, Cable, die brauchte ich, dass die beiden schon mal, äh, hier vernünftig verbunden werden, denn, die brauchen wir definitiv. So, das heißt, die hier kriegen jetzt auch eine höhere Priorität, 100 jeweils, Priorität 100, und dann könnte man theoretisch wieder anfangen, und, ähm, das hier machen, nämlich einmal das Ding hier durchlaufen lassen, zack, und das dann hier wieder austauschen, ganz einfach, das hat den Sinn, dass man, ähm, ja, den ganzen Klumquatsch wieder mal neu organisiert, und, ähm, dann werden sie auch automatisch jetzt, weil die da hinten eine höhere Priorität haben, ähm, dort hinten einsortiert, so, zack und zack, da kann man den nochmal rausnehmen, den hier nochmal ganz kurz mit wechseln, und, äh, wo haben wir sie da, das da nochmal rein wechseln, jetzt haben wir da schön wieder alles sortiert, das haben die alle wieder schön, alle auch 63 Typen, und hier müsste jetzt mittlerweile das ganze Marble und auch die ganze Kohle schon drin gespeichert sein, wunderbar, so hatte ich das eigentlich vor, ähm, ja, und den anderen Stoff, äh, beziehungsweise die anderen Sachen werden wir dann da auch langsam, langsam aber sicher rausbekommen, äh, und ich muss dir gesagt, das muss ich mir echt überlegen, wie ich das mit dem Iron mache, ihr seht schon allein wieder in der kurzen Zeit, schon wieder 50, 60 Eisen, einfach mal dazu, also wenn ihr Eisenprobleme habt, unbedingt ins Deep Dark, da gibt es scheinbar eine ganze, ganze Menge, so, das war heute schon wieder eine ziemlich lange Folge, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, und, ähm, ja, bis dahin erst einmal, ciao, ciao,